Die Ürikon-Barmabahn hat während 47 Jahren im Zürcher Oberland von 1901 bis 1948 gedampft. Nach der Elektrifizierung der Strecke und der gleichzeitigen Übernahme durch die SBB wurde der Bahnbetrieb bis zur endgültigen Betriebseinstellung im Jahre 1969 weitergeführt. Mit dem Dampfbahnverein Zürcher Oberland fand sich eine Organisation, die auf der heute stillgelegten Strecke mit Zügen aus der aktiven Zeit ein fahrendes Museum betreibt. Die Mitglieder beteiligen sich aktiv am Unterhalt und Betrieb der Bahn. Hier wird die Lokomotive 401, Baujahr 1901, für den Einsatz vorbereitet. Die Leistungszahlen der ED33, sie wurde von der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik in Winterthur gebaut. Um 6 Uhr hat der Heizer im Baumart zum Dienst anzutreten. Die Lokomotive wird angeheizt. Die Lokomotive wird angeheizt. Die kalte Lokomotive wird langsam auf Temperatur gebracht. Wir blättern zurück in die Gründungsjahre der Uricon-Baumerbahn. Der Textilunternehmer Adolf Guyerzeller, ein großer Eisenbahnförderer, bekannt als Promoter des Jungfrau-Baun-Projekts, gab die Initialzündung für die Uricon-Baumerbahn. Nach der Konzessionserteilung am 29. Juni 1895 wird sofort mit den Bauarbeiten begonnen. Große Brücken müssen erstellt werden. Die Weisenbachbrücke bei Neutal wird einer Belastungsprobe unterzogen. Am 30. Mai 1901 wird die Bahn feierlich eröffnet. Während den 47 Betriebsjahren konnte sie nur dank sparsamen Wirtschaften vor dem immer gegenwärtigen Ruin bewahrt werden. Am 3. Oktober 1948 stellt die Uricon-Baumerbahn ihren Betrieb ein. Die SBB führt die Strecke weiter bis zur endgültigen Stilllegung im Jahre 1969. Zurück in unsere Zeit. Die Temperatur muss steigen. Mit Kohlen wird nachgeheizt. Die alte Dame wird sorgfältig gepflegt. Sie wird für die große Ausfahrt geschmiert und geölt. Sie wird für die Strecke weitergeheizt. Die Lokomotive bekommt ihren Schmuck. Die Pflege ist beendet. Alles ist bereit. Der Lokomotivführer Toni Preissacher nimmt seinen Arbeitsplatz in Besitz. Die Lokomotivführer Toni Preissach Tony Breisacher schaut sich seine Maschine aus der Nähe an. Alles ist in Ordnung. Auf dem Abfahrtsgeleise wird der Zug vorbereitet. Bei Museumsstücken muss alles genau kontrolliert werden. Die Zugbegleiter haben sich zur Besprechung ihres Einsatzes zusammengefunden. Die Lokomotive wird auf die Huren gebracht. Letzte Funktionskontrollen werden durchgeführt. Auch bei den Zugbegleitern ist alles klar. Die alte Dame kommt in Schwung und wird zu ihrem Einsatzort gefahren. Der Zug ist bereit. Auch die Rückseite der ED33 ist geschmückt und gepflegt. Die Rückseite der Zugbegleitern ist eine neue Hilfache für die Heilige Betriebe. Die Passagiere werden in die richtigen Wagen verteilt. Die Heizer bringen die Maschine für die Strecke in Schwung. Der Museumszug wird von Bauma über Neutal, Beretz-Wiel, Ettenhausen-Emmetschloh nach in Wiel dampfen. Alles ist bereit. Genießen wir nun die Fahrt. Die Wagen sind bereit. Die Wagen sind bereit. Das ist die Wagen. Und dann gehen wir wieder auf die Zwei, in 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 die Zwei. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Ninれる Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020